Den neunjährigen gekürten Oldenburger Hengst Ludwigs Ass sehen wir nun vom Ludwig von Bayern und Akkord 2, der uns hier in den vergangenen Tagen mit wirklich tollen Runden, die nach Springpferdeprüfungen aussahen, begeistert hat. Im Sattel sitzt sein Züchter und Besitzer, der den großen Preis von Rastede im Jahre 2005 schon einmal gewinnen konnte, damals mit Katoki. Mit Ludwigs Ass begrüßen wir Gerd Sosand. Gerd Sosand Gerd Sosand Gerd Sosand Ludwigs Ass, Gerd Sosand 0, innerhalb der erlaubten Zeit qualifiziert für das Stechen als Paar Nummer 4. Oldenburger Hengst vom Ludwig von Bayern aus seiner Mutter des Akkord 2, den Städlinger Reit und Waffern Sturmvogel Berne, Gerd Sosand. Gerd Sosand 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 Gerd Sosand